Hast du eine Zigarette? Ja, hab ich. Danke. Wie viel kostet die? Die? Eine Packung? Nein, wenn du mir sie gibst. Nein, nein, ist okay. Es ist kein Problem. Na, wie viel? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Kannst du... Okay. Kostet nicht? Nein, nein. 100? Nein. Es ist kein Problem. Danke. Salama. Hakuna Matata. Super. 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 Ah-ha. Kann man noch hören? Ja. Wie viele Frauen waren schon in diesem Bett? Wie viele Frauen waren in diesem Bett? Frauen? Nein. Es ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit.